Ich hab mir heute mal gedacht, ich spiele ein paar Durrunden mit Tante Shanti, das ist, denke ich mal, der beste Mobile-Spieler Deutschlands. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Durrunden gezockt, ein bisschen an Lucky gestorben, aber ich hab ihm dann auch mal zugeschaut und es ist einfach so krass, wie er schafft auf Mobile so zu bauen und zu editieren. Ja, keine Ahnung, ich versteh's einfach nicht. Auf jeden Fall haben wir für seinen Kanal auch noch 1v1 aufgenommen. Seinen Kanal verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Noch ganz kurz bevor das Video beginnt, ich hab gerade gesehen, dass einfach über 60% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich noch nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, ist ganz einfach und geht mega schnell. Und falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr ganz einfach im Itemshop in Fortnite, rechts unten bei Unterstützer ein Creator, meinen Creator Code eintragen, arianfn, dann annehmen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. Wo willst du landen? Ja, PC-Lobbys. Boah, aber Mobile gegen PC, das ist schon hart. Ich hab nur Infanterien. Bei mir sind so viele. Ich hab einen. Nice. Wir sind auch noch zwei im Haus. Warte, bei mir ist einer Warte, bei mir sind noch welche Warte, ich lade kurz nach Hab einen Warte, da kommen noch welche von oben Das Teil kommt nicht runter Warte, was, was Junge, als auf Ja, die anderen kommen Stell du dich da rechts, sind ich hier Ja, der eine ist One-Shot Hab einen Hab beide Oh Hey, das war ein Hit Danke Wie bist du eigentlich auf Shanti gekommen? Warum Shanti? Tante Shanti Okay, komm Stimmt Trink mal den BG hier Markiert Wie viel Pumpmonie hast du? Ich hab sieben Danke Wann spielst du eigentlich auf Mobile? Schon immer oder hast du da vor PS4 gespielt? Krass Lass mal Lass mal zur Drohne auf 300 Drohne? Heißt das die Drohne? Drohne, ja Drohne Es sieht aus wie eine Drohne Wegen den vier Dingern Hä? Da ist grad irgendwas Warte, was? Da ist grad irgendwas durch die Luft geflogen Warte, hier liegt ein Jump-Hit Das sind zwei Leute Das sind zwei Leute Digga, was ist mit dem? Einer, einer passt los Einer kommt los Einer kommt los Digga, ich hab so FPS drauf, weil hier so viele Kugeln sind Wegen dem Geschütz und so Hab einen Der andere ist low Digga Hab ihn Junge, was gibt der mir für nett? Hast du Schilds? Perfekt Wie alt bist du eigentlich? Okay Zwei Leute unten und einer ist oben Ja Erik, mir halt direkt nicht Ich komm mal Egal, ich hab einen, ich hab einen Wo ist der andere? Ja Tja Hab sich der Tag Ich weiß Digger Ich hab keinen Netz mehr Hab ihn Nice Alter Hier ist der Beste Wo? Also nicht ganz hier, aber hier ganz gleich Okay, nice Och, Junge Als ob Wenn du jetzt nochmal schießt, ne? Zum Minis irgendwas Warte, hier Einer, einer Einer Äh Äh Brauchst du noch ne Mini Äh, auf 255 Junge Was macht der denn? Junge Was macht der denn? Bei mir ist auch einer Ich hab einen Warte, zwei, zwei, zwei Habe einen Chill, warte, wir Chill, chill, chill Äh, der hat es vorhin so komisch geharzt gehabt und jetzt ist der der Beste? Warte kurz Hab ihn TTV Damit kann man sehen, wo die nächste Zone ist Also eigentlich Keine Ahnung Ich mag die nicht Oh fuck Komm, ich hab ein Jumphead Ja, da ganz oben Nein, Digga Was? Die haben mich gleichzeitig getetet Digga Nice, Digga Digga, saurig, dass ich die Wettbewerden einfach alles habe Ja, sorry Alter 3 HP Wie sieht es bei dir aus? Das ist ein Gegner Aber ist ein bisschen ein Geil Hat er gebt der Geist fast, oder? Der hat kaum mit Ja Hat er gebt der Geist perfekt Alter, der wollte mich verarschen So getan, als ob er schlecht wäre Nicht, hab ich mir kommen Hab ihn Lass mal Ins Haus Sturm Speer Scharfschützen Gewehr Nimm mal die Lagerfeuer Ich verstehe dich halt so schlecht, wenn die so viele Schüsse sind Egal, warte kurz Nein Ja Okay, nice Er wurde abgeschaut Ja Hallo Hab einen Hab den Hast du noch Minis? Ja Okay Ey, warte, hier kommen welche Aushalb der Zone Ja Ja Der ist jetzt runter Ah, die sind unten Die sind unten Der ganze Schlagerfeuer Geh mal von der Seite Oh, fuck Oh, ja Nice Ah, warte, sein Freund kommt Junge Hä? Das ist One-Shot Hab ihn Ich bringst dir einfach oben und dann kriegst du mir zu, dann würde ich dir erst Ja, moin Ähm Ja Ja, moin Also zeig mal, was du so kannst Also zeig mal, was du so kannst Ich weiß gar nicht, warum Für Bauch Nee, weiter links Unter dir jetzt Ja, genau Ja, hier, hier Ja, hier Ja, hier Ja, hier Was? Der hat dich genauso gehofft. Na ey, ich spring jetzt mal von der Map. Ich will dir unbedingt zuschauen. Ich kann dir mal zeigen, was du so kannst. Komm, kill mich. Danke. Komm, bitte finischen. Danke. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, auf mobile zu bauen, editieren. So die Sachen einzeln auszuheben. Das muss ich mir auch nicht vorstellen. Ey, du hast hier jetzt genug Metz. Kannst du vielleicht ein paar 90s oder so machen. Ein bisschen editieren. So wie in deinem Video. Äh. Warte, was? Ja, ja. Was? Ach, Digga. Ich bin zufrieden. Man merkt halt einfach null, dass du auf mobile bist. Das ist ein Schweih. Oder auch nicht. Ja. 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 Komm, die hast du. Bei mir. Nice, man. We got you, gg.